Wir haben Sonntag, den 20.11.2016. Es ist 7.18 Uhr morgens und mein YouTube-Kanal BurnertTV hat 258 Abonnenten und 36.900 noch was Klicks, liebe Leute. Es ist Sonntag und wie ihr alle trottelt da draußen, ihr habt nichts zu tun, ist doch klar. Morgens wieder scheiß Montagarbeit und so ein Scheißdreck. Ich habe keine Stimme mehr, merke ich gerade durch 200 Shichas, die ich heute geraucht habe. Aber egal, ihr sitzt zu Hause heute den ganzen Tag, habt nichts zu tun, aber was macht ihr natürlich wie immer auf die Couch gammeln, Netflix und was zu essen bestellen. Und ja, was guckt ihr? Es ist immer wieder Zeit für einen Burnert-Serien-Tipp, denn ich habe mir gerade alle aktuellen verfügbaren Folgen einer neuen Serie angeguckt, damit ich für euch berichten kann. Ich bin auch schon todmüde, aber ich wollte fertig werden, damit ich auch weiß, von was ich hier rede, liebe Leute. Und zwar, die Rede ist von der super neuen Serie von HBO namens Westworld. Ich weiß, vielleicht habt ihr schon mal einen Trailer gesehen, ein paar Bilder gesehen und so und ihr seht so, oh, Wilder Westen, was ist das, ja? Ich mag kein Wilder Westen, nee, ist nichts für mich, ja? Ich sage euch, liebe Leute, der Wilder Westen ist auch nichts für mich. Ich mag das nicht, ja? Ich mag aber auch keine Zombies und ich liebe Walking Dead, ja? Ich mag auch kein mittelalter Fantasy-Scheiß und Game of Thrones ist der Wahnsinn, ja? Und ich mag auch kein Wilder Westen, aber ich kann euch sagen, liebe Leute, Westworld, ja? Uiju, das ist nicht nur hier, wie ihr denkt, Wilder Westen, ja? Ich sage euch mal ganz ehrlich, wie das ist. Das ist eine Mischung aus, ähm, ja, Wilder Westen, John Wayne, ja? Aber gleichzeitig, liebe Leute, auch eine Mischung aus Ex-Makina, iRobot, Hostel und ein bisschen was aus jedem Porno, den ihr schon mal gesehen habt, ja? So könnte man Westworld beschreiben, liebe Leute. Das ist eine krasse Serie, kann ich euch sagen, ja? Es geht darum, äh, dass es da eine Art, ähm, Wildwestern-Welt gibt, ja? In die normale Menschen aus der heutigen Zeit, ja, die viel Geld haben, für viel Geld reisen können, quasi Urlaub machen können. Und in dieser Welt, äh, gibt es keine Regeln, ja? Da können die ihre niedrigsten menschlichen Triebe ausleben, ja? Die können da rumvögeln, wie die wollen, mit diesen, äh, künstlich, äh, intelligenten, äh, Roboter-Schlampen, ja? Oder die können, äh, einfach, äh, Sheriff spielen oder Gangster spielen und Leute abballern, abstechen, wie die wollen, ja? Ja, ist eine krasse Sache, auf jeden Fall eine interessante Überlegung, auch, ja, interessant auch für mich, definitiv. Ich wäre der Erste, der dabei wäre, ja? Äh, also wenn das jemand sponsern möchte von euch, ich wäre sofort dabei, ja? Und, ähm, ja, es geht, es ist voll krass, ja? Und, äh, diese ganzen, äh, künstlich erschaffenden Wesen, ja, die eins zu eins aussehen wie Menschen, ja? Sind sehr intelligent, äh, eingestellt, programmiert, ja? Und die werden halt jeden Tag am laufenden Band abgeschlachtet, äh, von Menschen, ja? Ja, die, die sich da verhalten wie Tiere, ja? Ja, ganz schlimm sind diese Menschen. Und, äh, sobald ein, äh, künstlich erschaffender Mensch, sagen wir es mal so, äh, erschossen wurde, getötet wurde irgendwie, wird es dann, äh, alles so wiederhergestellt, dass er am nächsten Tag wieder in dieser Stadt ist, ja? Und normalerweise sollte es ja so sein, dass diese Wesen sich an nichts mehr erinnern, ja? Ja, aber so ganz langsam, liebe Leute, ja, fangen diese, äh, Roboter, ja? Ja, äh, künstlich erschaffenden Menschen, Roboter, ja? An ein, äh, Bewusstsein zu entwickeln, ja? Die fangen an sich zu erinnern, was mit denen passiert ist, was die Menschen mit denen gemacht haben, ja? Und dann geht's ab, liebe Leute, dann geht's ab, kann ich euch sagen. Ja, das ist richtig geil zu sehen, wie das alles so kommt, ja? Wie die ihr Bewusstsein entwickeln, wie die anfangen sich zu erinnern, wie die anfangen Dinge in Frage zu stellen, ihre, äh, Programmierung, ja, den Weg, der für sie, äh, geschaffen wurde, zu verlassen, wie sie, wie gesagt, ihre Welt mit anderen Augen sehen, wie sie sich fragen, was ist hinter der Welt, ja? Und wie sie anfangen, ja, sich gegen die Menschen, so, Step by Step aufzulehnen, ja? Ich möchte euch jetzt auch nicht zu viel verraten, ja? Was ich euch sagen kann, ist absolute, äh, Top-Serie, ja, von HBO, die stehen ja für Realismus, ja? Ja, und auch diese Serie ist zwar natürlich, äh, noch, äh, fiktiv, ja, aber es ist übertrieben gut realistisch umgesetzt, mit absoluter Star-Besetzung, ja, Anthony Hopkins, Ed Harris, wenn ihr Ed Harris nicht kennt, die Idioten googelt denen, Versager, wenn man sowas nicht kennt, das man, kein, kennt man sich nicht aus, ja, und, ähm, es ist, ja gut, es ist auch keine große Sache mehr, ja, es ist, wir wissen ja alle, so, die Filmindustrie ist auf dem absteigenden Ast und, äh, die ganzen Top-Darsteller, ja, suchen sich so ein zweites Standbein mit Serien, ja, aber es ist scheißegal, ja, das tut der Serie super, die beiden Schauspieler, aber auch andere bekannte Gesichter werdet ihr in dieser Serie sehen, und es ist voll geil, ja, ich hab die erste Folge geguckt und dachte mir, okay, ganz interessant, so, ja, okay, aber dann zweite, dritte, vierte, boah, ey, dann fängt es an und ich konnte grad nicht mal aufhören, ja, ja, ich hab jetzt alles geguckt, was da ist, ja, und ich bin so heiß, äh, zu erfahren, wie es weitergeht, ich kann euch sagen, es ist eine krasse Serie, es ist eine wunderbare Serie, ja, es macht richtig krass Spaß, ja, ähm, wenn ihr auf Blut steht, werdet ihr, äh, vollkommen bedient, wenn ihr auf, ähm, Action steht sowieso, wenn ihr auf, ähm, ja, rumgefögelte, nackte Frauen steht auch, und, äh, wenn ihr aber auf krasse Story, ja, auf, äh, eine tiefgründige Story, bisschen was zum Nachdenken, ja, was das Menschsein überhaupt bedeutet, ja, künstliche Intelligenz, ja, das Thema ist ja aktuell, wie immer, ja, und, äh, Hammer, Hammer krass, ja, also, wenn ihr dumm seid, ja, wenn ihr einfach nur blöd seid und wenn ihr nur, äh, irgendwie so billiges Popcorn-Kino, aber, äh, mögt, ja, dann, äh, lasst die Finger davon, dann, äh, nix für euch, ja, aber wenn ihr was in der Birne habt und wenn ihr auf Qualität steht, auf Anspruch, ja, auf eine krasse neue Serie, ja, puh, kann ich euch verraten, krass, krass, das ist wirklich der neueste Scheiß, ganz frisch auf dem Markt, ja, und wenn ihr es noch nicht kennt, gebt euch Westworld, Hammer-Serie, kann ich sagen, die Serie kriegt von mir wieder mal, ja, 10 von 10 goldenen Luigi's und ich verteile sie nicht einfach so, die 10, ja, ich weiß, ihr denkt, oh, der hat ja schon letztes Mal 10 gegeben und hat da 9 gegeben, ja, ich sag euch, ja, eine schlechte Serie, die gucke ich mir doch gar nicht erst an, dann verteile ich auch keine 1, 2, 3 goldenen Luigi's, ja, wenn ich was gucke, ja, und wenn ich darüber berichte, dann ist das krass, liebe Leute, deswegen gibt es auch immer so viele goldene Luigi's von mir, ja, und diese Serie kriegt eiskalt, eiskalt von mir, 10 von 10 goldenen Luigi's, Wahnsinn-Serie, ja, in diesem Sinne, liebe Leute, lasst euch nicht abschrecken von diesem Western-Szenario, ich kann euch nur sagen, es ist eine übertrieben geile Sache, es macht übertrieben Bock zuzusehen, weil ihr wissen wollt, wie es weitergeht und was da alles passiert und wenn ihr anfangt, darüber nachzudenken, es ist voll krass, wie geil es wäre, wenn es sowas wirklich geben würde, ja, bis auf die Tatsache, dass, ja, die künstliche Intelligenz immer intelligenter wird, immer krasser wird und sich Wege findet, ja, um daraus auszubrechen, ja, und die sind so gut gemacht, dass man die gar nicht von Menschen unterscheiden kann, ja, das heißt, ihr wisst gar nicht im Endeffekt, was geht da ab, ja, wer ist jetzt wer und wie geht's weiter, Hammer, Hammer-Serie, ja, ich muss ja auch gar nicht weiterreden, weil es ist halb 8 Uhr morgens, ich muss pennen, liebe Leute, ja, aber, ey, das müsst ihr sehen, ja, Hammer, Hammer-Serie, also, Westworld, guckt's euch an, kann ich euch nur empfehlen, kriegt von mir 10 von 10 goldenen Luigis, ja, wir haben den 20.11.2016, es ist 7.26 Uhr und mein YouTube-Kanal BarnardTV hat 258 Abonnenten und 36.900 noch was Klicks, macht überall mehr, bla, bla, bla und wir sehen uns dann nächste Woche beim nächsten Barnard-Serientipp, macht's gut, liebe Leute und viel Spaß bei der Serie, vertraut mir, sie ist krass, vertraut mir einfach, alle Idioten, ciao, ciao. Vielen Dank.